Allah, unseren Schöpfer kennen und lieben lernen Ein islamisches Buch für Kinder, das Kindern Allah, Gott, vorstellt Von The Sincer Seeker Kids Collection Erzählt von Uwe Zoschke Allah ist unser Ein und Alles Allah ist unser Schöpfer Allah kontrolliert und kümmert sich um dich und mich und unsere Familien und alles andere auch Allah gibt uns Essen und ein gemütliches, warmes Bett, wo wir sicher sind Allah ist weit über dem Himmel Allah erschuf große Planeten und kleine Planeten Allah hat die Erde für uns geschaffen, damit wir darauf leben können Allah schuf leuchtende, helle Sterne, um uns Licht zu geben Allah hat das ganze Universum erschaffen Allah hat den Vollmond erschaffen Allah schuf die fluffigen, grauen Wolken Allah lässt der Regen auf die Erde fallen, um sie zu nähren und zu reinigen Allah lässt den Wind in verschiedene Richtungen wehen Allah lässt die Sonne hell leuchten Allah hat kaltes Wasser und auch heißes Wasser geschaffen Allah schuf wunderschöne blaue Flüsse Allah schuf die großen, welligen Ozeane Allah schuf die tiefen, dunklen Meere Allah lässt die Wellen sich bewegen und steigen Allah schuf die hohen Rocky Mountains Allah schuf kurze, schneebedeckte Berge Allah erschuf Bananenbäume und Orangenbäume, von denen wir essen können Allah erschuf schön duftende Blumen von verschiedenen Arten und Farben, die wir genießen können Allah schuf glückliche Familien, um Zeit miteinander zu verbringen Allah schuf liebevolle Eltern, um für uns zu sorgen und uns zu lieben und damit wir gut zu ihnen sind Allah hat lustige Brüder und Schwestern erschaffen, um für euch zu sorgen und damit ihr für sie sorgt Allah schuf große Tiere, wie die afrikanischen Elefanten und Braunbären und grüne Alligatoren mit scharfen Zähnen Allah erschuf kleine Tiere, wie den winzigen Marienkäfer, die summende Hummel Allah erschuf sprunghafte Grashüpfer, klitzekleine Ameisen und fliegende Libellen Allah schuf nahrhafte Nahrung, um unserem Körper zu helfen, gesund und stark zu werden Allah hat leckere Getränke geschaffen, wenn du durstig bist Allah erschuf lila Trauben, leckeres, frisches Brot, gelben Käse, saftiges Huhn und köstliche rote Äpfel Allah schenkt den Menschen das Leben und beschenkt sie auch mit vielen Dingen Allah schenkte uns ein komfortables Zuhause zum Leben ein Auto zum Fahren, unsere Lieblingsspielzeuge zum Spielen beide unsere Hände, um Dinge zu machen und beide unsere Füße umgehen unsere Augen, um zu sehen, unsere Ohren, um zu hören und unsere Münder zum Essen und Reden Allah sieht und weiß alles, was geschieht Allah hört alles, was gesagt wird Allah ist sehr liebevoll Allah liebt uns sehr, sehr stark Allah kümmert sich sehr, sehr um uns Wir sollten ihn auch lieben Alles Gute kommt von Allah Allah ist das Licht der Himmel und die Erde Allah bringt Licht in die Herzen der Menschen Wir beten zu Allah, weil Allah uns erschaffen hat und uns liebt und wir lieben Allah auch Allah beantwortet unsere Dua-Gebete, wenn wir ihn darum bitten Wir sollten immer mit Allah sprechen Allah wird gute Menschen reich beschenken im Paradies, wo sie alles bekommen was sie sich wünschen und glücklich bis ans Ende aller Zeiten leben Ende 2 5 5 6 2 1 2 3 4